Landwirt-Produktvorstellung Die Böschungspflege entlang von Straßenzügen und Bahnstrecken bedarf besonderer Sorgfalt und den Einsatz entsprechender Maschinen. Das niederösterreichische Forst- und Gartenunternehmen Schuch hat sich unter anderem auf diese herausfordernde Tätigkeit spezialisiert. Dann nehmen wir hauptsächlich so Rodungen, wie wir es jetzt hier sehen, neben Bahnstrecken etc., die dann geschreddert, gehackt werden und in Heizwerke verführt werden. Um bei nötigen Rodungen die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und Passagiere bei aufrechtem Betrieb gewährleisten zu können, setzt das Familienunternehmen auf die Spezialmaschinen von Westtech. Die Woodcracker ermöglichen eine stehende Entnahme von Bäumen bzw. auch Teile von diesen und eine sichere Ablage am vorbestimmten Ort. Auf diese Anforderungen unserer Seite ist in dem Fall die Firma Westtech sehr gut eingegangen und so ist es halt gewachsen. Wir haben heute natürlich, weil es ja schon lange her ist oder längere Jahre her ist, ein sehr großes Portfolio seiner Gerätschaften und können vor allem unseren Auftraggeber tatsächlich für jede spezielle Baustelle alles anbieten. Die Maschinen der Woodcracker C-Serie sind effiziente Fellgreifer zur Ernte von Bäumen und Sträuchern. Zum Einsatz kommen sie neben Pflegemaßnahmen entlang von Trassen und Verkehrswegen, vor allem zur Problembaumfällung und in der Ernte von Kurzumtriebsplantagen. Je nach Modell schneidet der Woodcracker Weichholz mit einem Durchmesser von 30 bis 60 und Hartholz von 28 bis 55 Zentimeter. Die Anforderung ist einmal in erster Linie die absolute Verlässlichkeit. Wenn er ihn geschnitten hat, kann er nicht sagen, jetzt ist er mir zu schwer, ich kann nicht mehr, sondern er muss ihn absolut sicher halten und wegbewegen können, damit man eben solche Sachen, darum stehen ja auch wir hier, nicht gefährdet oder was zerstört. Für Verlässlichkeit steht auch die Greifersäge Woodcracker C-S. Angeboten werden zwei Modelle für Bäume mit einem Durchmesser von maximal 58 und 75 Zentimeter. Der Woodcracker C-S ist endlos drehbar und mit einem gefedert aufgehängten Sägekasten ausgestattet. Eine Tiltfunktion beim Schnittvorgang verhindert das Einklemmen der Säge. Der C-S kann an gängige Trägerfahrzeuge angebaut werden. Das Mindestdienstgewicht beträgt, abhängig von der Ausstattung, 14 bis 28 Tonnen. Zwei starke, voneinander unabhängige Greiferelemente sorgen für eine sichere Abtragung des Baumes. Zum Aufarbeiten von Baumschnitt und Wurzelmaterial nutzt die Firma Schuch den Roderechen Woodcracker G. Zur Auswahl stehen drei Modelle mit Arbeitsbreiten von 850 bis 1650 Millimeter. Mit dem Roderechen lassen sich Wurzelstöcke aus dem Boden reißen und von Erde befreien. Durch die große Öffnungsweite des Greifers ermöglicht der Woodcracker G ein schnelles Umschlagen von angehäuftem Material und eignet sich zum Beladen oder auch zum Beschicken eines Schredders. Untertitelung des ZDF für funk, 2017